Wir sind heute hier, um Jesus Christus zu bezeugen, dass er der Herr und Gott ist, der Allmächtige, der alles erschaffen hat, diese Welt und über das ganze Universum herrscht. Er ist der Erlöser von unseren Sünden und er ist das Alpha und das Omega, denn so spricht der Herr. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, spricht der Herr und Gott, der, der immer war, der ist und der kommen wird, der Allmächtige. Und so spricht der Herr weiter. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Siehe, ich war tot, doch ich bin lebendig für immer und ewig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in meinen Händen. Jesus Christus ist der Allmächtige. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er herrscht über alles, über die immaterielle und die materielle Welt. Und er wird wieder erscheinen, zu richten die Lebenden und die Toten. So steht es in der Bibel. Schon der Prophet Jesaja hat 600 Jahre vor Christus die Gottheit Jesus angekündigt. Denn so heißt es bei Jesaja. Uns wird ein Kind geboren und die Herrschaft liegt auf seinen Schultern. Und er wird heißen, wunderbarer, Rat, Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Und im Johannes-Evangelium steht, denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Jetzt würden Sie sich fragen, warum sind wir hier? Das Evangelium ist doch allen bekannt. Das Problem ist aber, dass das kaum jemand interessiert und viele das heute nicht mehr kennen und viele auch nicht danach leben. Und deshalb schickt Gott heute noch seine Botschafter für die fortwährende Verkündung der Botschaft des Evangeliums. Um die Menschen aufzuklären über das, was Gott für uns getan hat vor 2000 Jahren in seiner Gnade, ist er in unsere Welt gekommen, hat Fleisch angenommen, hat ein sündloses Leben gelebt, ist für uns am Kreuz gestorben, damit unsere Sünden durch ihn gesühnt werden können, durch sein unschuldiges Opfer. Er hat den Tod besiegt, ist auferstanden, am dritten Tag, aufgefahren in den Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters und herrscht über die immaterielle und materielle Welt bis in alle Ewigkeit. Das ist das Evangelium, das kennen alle und wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann werden wir gerettet. Aber das Evangelium besteht nicht nur aus Liebe und Gnade, sondern auch aus Zorn. Denn wir sind alle unter dem Zorn Gottes, solange wir nicht Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, solange wir in unseren Sünden leben. Denn so spricht der Herr. Denn so ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr alle in euren Sünden sterben. Wir sind alle geboren in der sündhaften Natur Adams. Die Sünde steckt in unserem Fleisch. Wir können da gar nichts gegen machen. Die fleischlichen Gelüste zehren an uns und wir können sie nicht selbst überwinden. Jesus hat gesagt, das Böse ist in unserem Herzen und die bösen Gedanken kommen aus unserem Herzen. Die Gedanken des Hasses, der Gewalt, des Ehebruchs, der Verleumdung, dies kommt alles aus unseren Herzen. Deshalb hat er gesagt, schon Hesekiel hat gesagt, 600 Jahre vor Christus, Lasst euch, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn ich habe kein Gefallen am Tod des Frevelers. Ich möchte, dass der Freveler sich bekehre und lebe. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu stehlen und zu töten. Das macht der Feind. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und das im Überfluss. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein neues Herz aus Fleisch und Blut. Das neue Herz, das macht uns frei. Frei von der Bindung an die Sünde, denn dies können wir nicht selbst bewerkstelligen. Ich bin nicht hier, um euch zu verurteilen oder um euch Angst zu machen. Ich bin hier, um das zu sagen, was in der Bibel steht, was Gott zu uns heruntergesandt hat. Denn das wird in vielen Gemeinden heute nicht mehr so gepredigt. Aber Gott hat uns befohlen, dass wir nach seinen Geboten leben, dass wir heilig leben, dass wir uns heilig machen. Im Paulusbrief steht, wir sollen Gott in unserem Fleische verehren und wir sollen nicht unseren eigenen Gelüsten nachgehen. Und deswegen hat Jesus gesagt, lasst euch ein neues Herz geben, denn in eurem Herz ist die Sünde gefangen. Und ich kann euch sagen, ich kann niemanden verurteilen, ich bin selbst nicht besser. Ich habe das gemacht, was vor Gott Sünde ist, aber was in der Welt ganz normal ist. Rauchen, trinken, fleischlichen Gelusten nachgegangen. Und ich habe das gerne gemacht. Ich habe Freude daran gefunden. Wir haben Freude in den Sünden. Wir haben Freude daran, dass wir uns unreine Filme ansehen. Aber dies verhärtet unser Herz. Unser Herz wird auch verhärtet dadurch, dass wir eine gewisse Unvergebenheit haben. Wenn uns jemand was getan hat, dann vergeben wir ihm nicht. Gott hat aber gesagt, vergib erst untereinander und dann vergebe auch ich euch. Und wir haben Verbitterung in unserem Herz. In unserem Leben passieren Dinge, die uns nicht gefallen. Wir suchen nach etwas. Wir suchen die Leere in unserem Herzen zu füllen. Aber wir können sie nicht mit materiellen Dingen füllen. Wenn wir uns auch noch so viele materielle Dinge anhängen, immer ein neues Auto, immer ein besseres Auto. Wir streben danach, immer die besten, neuesten Sachen haben, immer ein neues iPhone. Das macht uns kurzfristig glücklich. Aber es kann uns niemals die Leere in unserem Herzen füllen. Die Leere, unsere Wünsche nach Erfüllung, nach Frieden, nach Liebe, das werden wir darin nie finden. Werden wir nie in materiellen Dingen finden. Wir werden dies auch nie im Alkohol finden. Nie im Zigarettenrauch. Das gibt uns immer nur kurzfristige Ablenkung, kurzfristige Freude. Aber das Loch in unserem Herzen, die Leere in unserem Herzen, können wir dadurch nicht füllen. Und diese Leere kann nur Gott füllen. Nur wenn wir zu Jesus gehen, Jesus hat gesagt, kommt zu mir. Ich gebe euch ein neues Herz aus Fleisch und Blut. Ich nehme das alte Herz, das Versteinerte, aus euch heraus. Und ich gebe euch ein neues Herz. Und dieses neue Herz, das befähigt euch, von der Bindung an die Sünde wegzukommen. Die Ketten der Finsternisse, die euch gefangen halten, die euch in der Sünde halten, die werden weggenommen, die werden gesprengt. Denn Jesus hat gesagt, wenn ich beim Vater bin, schicke ich euch einen anderen Tröster. Das ist der Geist der Wahrheit. Und der wird euch freimachen, von der Bindung an die Sünde und euch in alle Wahrheit leiten. Kommt zu Gott, lasst euch ein neues Herz geben. Denn die Liebe, nach der ihr sucht, die werdet ihr nicht finden. Kein Mensch kann euch diese Liebe geben, die euch Gott liebt. Gott geben kann. Er legt seine Liebe in euch und er liebt euch mehr, als jeder Mensch euch lieben kann. Wir können natürlich Menschen lieben. Wir können unseren geliebten Partner lieben. Aber am Ende werden wir alles mit uns selbst ausmachen müssen. Wir sterben alleine. Und die schlimmen Dinge, wir müssen alles mit uns alleine ausmachen. Aber wenn Gott bei euch ist, wir können alle Sorgen und alle Nöte in seine starken Hände legen, wenn wir nur ihm vertrauen. Und er hat auch unseren Weg, den wir hier auf der Erde beschreiten sollen, hat er schon festgelegt. Er hat alle unsere Träume und unsere Wünsche konserviert. Und er möchte, dass sie in Erfüllung gehen.